Moin zusammen, heute einfach über Videobotschaft. Das Livestreaming geht leider nicht. Der Bodo mit dem Bagger ist gestern gekommen und hat die Internetleitung hier für unseren Ort zerstört. Das heißt, ja, hier gibt es keine Daten über Glasfaser momentan und deswegen, ja, das Ganze heute über einen anderen Weg. Ich habe vorhin versucht, einen Stream auf Facebook über LTE zu machen, aber die LTE-Verbindung ist momentan zumindest ein bisschen schwach auf der Brust, sodass das Ganze auch nicht funktioniert hat. Deswegen hier die Videoaufzeichnung. Ich hoffe, dass heute im Laufe des Tages das Ganze hier repariert wird und wir wieder ganz normal loslegen können. Ist ein bisschen nervig, auch fürs Trading mit den Kursdaten und, und, und alles über LTE zu machen. Es geht rudimentär, aber es ist halt einfach nur das Backup-System. Aber an dieser Seite sieht man auch einfach mal, wie wichtig es ist, ein Backup-System zu haben. Und von der Seite her, hier, cross the fingers oder hier bei uns in Deutschland, wir drücken mal die Daumen, dass morgen alles wieder ganz normal funktioniert. So lange machen wir über diesen Weg weiter. Wir sehen es im Hintergrund geschrieben. DAX testet die 13.000-Punkte-Marke. Gestern haben wir es geschafft, erstmals wieder drüber geschnüffelt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wir brauchen dort oben Käufer, um den Markt weiter nach oben zu bringen. Für die Bullenseite, für die Bärenseite spielt das Abpreisszenario eine große Rolle. Wir werden sehen, was oben passiert. Die Märkte haben sich ja schon längst von der Realität abgekoppelt, wenn man das sieht, was momentan los ist mit der Entwicklung von Covid-19. Da wird einem übel an dieser Stelle, wenn man diese Zahlen sieht, auch international. Da muss man schauen, was dabei rauskommt. Aber die Märkte spielen momentan ein etwas anderes Bild. Heute haben wir auch noch EZB-Sitzungen. Da werden wir sehen, was dabei rauskommt und wie es die Märkte hier an dieser Stelle beeinflussen wird. DAX testet die 13.000-Punkte-Marke. Steht da. Bevor wir jetzt in die Charts reinschauen, noch den Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Ich sehe gerade hier, es ist ein bisschen viel Licht heute da. Ich muss das mal ein bisschen dunkler machen. Mein Gesicht, das glänzt wie verrückt. Das ist nicht so schick. Naja, wirklich besser ist es nicht. Brauche ich wahrscheinlich mal eine Visagistin hier für meine Videos an dieser Stelle. Sei es drum. Wie schon gesagt, Risikohinweis ist da. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Das Ganze hier, wir wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir in die Nachrichten. Wir haben heute Nacht gute Nachrichten aus der Wirtschaft in China bekommen. Mit Blick da auf das, was in diesem Jahr gelaufen ist. Das Bruttoinlandsprodukt haben wir gesehen. Es nimmt langsam wieder zu. Die Industrieproduktion auf Jahresbasis mit Vergleich zum Juni ist gestiegen. Auch das eine positive Meldung. Großbritannien hat Zahlen geliefert. Arbeitslosenquote ist leicht zurückgegangen. Nein, ist nicht zurückgegangen. Ist so geblieben wie im letzten Monat bei 3,9%. Das ist das, was wir heute Morgen bzw. aus der Nacht bekommen haben. Heute im Laufe des Tages geht es dann weiter. Ich hatte es gerade avisiert. Da ist hier wichtiger Tag. Heute ist die Zinsentscheidung der EZB. Das heißt, wir bekommen 13,45 Uhr mit hoher Wahrscheinlichkeit die Nachrichten übermittelt, dass es keine Änderung an der Zinsschraube gibt. Aber wichtig ist um 14.30 Uhr, was wird zur Pressekonferenz gesagt. Das ist das, worauf die Trader schauen. Das ist das, worauf gehört wird. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Wie es denn jetzt hier mit der Bewältigung der Covid-19-Auswirkung weitergehen kann. Welche Programme es gibt und, und, und. Da wird eine Menge Marktpotenzial bzw. Impactpotenzial für die Märkte vorhanden sein. Das sollte man unbedingt entsprechend auf der Uhr haben. Am Nachmittag bekommen wir aus den USA noch die Einzelhandelsumsätze, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den Filifed-Herstellungsindex. All das vor Börseneröffnung in den USA zu deutscher Zeit um 14.30 Uhr. Und damit gehen wir gleich rein in die Charts, würde ich sagen. Und wir starten hier komplett direkt durch mit den Währungen erst einmal. Das heißt, wir starten mal hier mit dem Blick in Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Hier an dieser Stelle, Moment, jetzt muss ich kurz raussuchen. Da unten, da haben wir Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Hier sehen wir es am Laufen. Hier haben wir den Tageschart. Rein technisch gesehen interessante Verortung an dieser Stelle. Warum interessant? Was wir hier sehen, ist schön ein Kontraktionsmuster unter einem Verkaufsbereich. Wartet mal, das war jetzt nicht so gut. Hier, schaut mal, das hier drüben, dieser Bereich, muss ich mal den Chart noch groß machen, das ist der Verkaufsbereich. Das heißt, hier drüben ist sozusagen diese Aufwärtsdynamik rausgenommen worden und der Markt ist hier tief nach unten abgetaucht. Hier inzwischen trennt er wieder schön nach oben. Und das, was hier jetzt passiert, die Chart-Techniker, die die Aktienmärkte auch so ein bisschen analysieren, die würden fast sagen, Mensch, das sieht mir aus wie eine Tasse mit Henke-Formation. Ja, kann man so sagen. Wir kontrahieren momentan quasi unter diesem wichtigen Widerstand. Und wenn wir das nach oben wegwuppen, haben wir gute Chancen, nach oben drauf zu laufen. Wir haben es gesehen, der Ausbruchversuch ist bis jetzt immer wieder abverkauft worden, so drüber zu laufen. Das kleine Zwischenhoch hatten wir aber schon mal über diesen Verkaufsbereich hier, um die Marke von 0,66. Und das wird jetzt wirklich interessant zu sehen. Die Kontraktion ist relativ flach hier oben. Wenn es tatsächlich oben drüber geht, dann haben wir gute Chancen, nach oben hier auf die 0,67.55 zu laufen. Wir haben hier zwischendrin noch einen kleinen Anlaufbereich aus der hinteren Region hier drüben, bei 0,66.65 zu stehen. Ansonsten ist der Weg nach oben hin relativ frei, wenn der Markt sich dafür entscheidet, tatsächlich hier oben rauszuschieben. Nach unten hin müssen wir sehen, wenn es einen Abprall gibt, wenn wir unter diesem kleinen Support hier, wo es vorgestern diese schöne Umkehrkerze gab, bei 0,65.1 drunter fallen, dann ist der Weg erstmal wieder frei hier Richtung Tassentief hier. Das ist die Marke von 0,63.95. Das haben wir da unten stehen. Das können wir durchaus als Anlaufpunkt nehmen, wenn es nach unten geht und der Markt doch nicht nach oben durchstarten möchte. Also die Verortung ist mal wieder erste Sahne. Bonfurtionös, wie man hier in Sachsen sagt. Und ja, an dieser Stelle werden wir sehen. Abprall oder Schub nach oben. Wenn der Schub tatsächlich nach oben kommt, wie schon gesagt, die Potenziale oben hin sind da. Und auch wenn wir das Bild mal im Größeren anschauen wollen, hier der große, langlaufende Abwärtstrend, der ist natürlich immer noch intakt. Aber wie schon gesagt, wenn wir das Level hier rausnehmen, hoch bis 0,67.55, haben wir auf alle Fälle rein aus technischer Sicht Platz. Dann wäre diese Abwärtsbewegung hier definitiv da. Ansonsten, wie schon gesagt, die Unterseite ist natürlich immer auch da. Aber momentan schaut es hier noch nicht so aus, als wenn der Markt direkt wieder rumdrehen möchte und hier in die große Trendrichtung wieder reingehen möchte. Also wir haben durchaus Upside Potential, wie man das so schön sagt. Und das können wir nutzen, wenn hier diese Korrekturformation nach oben entsprechend aufgelöst wird. Das zum Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Dann bleiben wir noch bei den Währungen. Wir bleiben auch beim US-Dollar, gehen aber auf das Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Und hier haben wir auch eine relativ interessante Konstellation. Ich gehe hier nochmal kurz auf den Tag oben rein. Da sehen wir, was ich meine. Wir sehen hier, Moment, wenn ich das mal etwas näher zusammenraffe, sehen wir es glaube ich besser. Ne, wir gehen mal auf die Woche. Da sehen wir es noch schöner. Da haben wir vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Datenhistorie da. Also, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist hier oben dieser Verkaufsbereich. Das ist die Marke von 0,70, 0,64, 0,65. Also dieser Drehbereich hier in diesem Punkt. Da sehen wir, da wollte der Markt bis jetzt noch nicht so richtig drüber. Aber wenn wir uns mal diese schöne blaue Aufwärtslinie anschauen, dann sehen wir schon, dass der Markt auch immer wieder schön die Oberseite sucht. Und hier haben wir jetzt tatsächlich die Chance, Anlauf zu nehmen auf dieses Verkaufslevel und das nach oben rauszunehmen. Wenn der Markt genau das spielt, dann sehen wir, dass wir drüber laufen. Und dann haben wir hier oben als nächsten Anlaufpunkt, wenn man mal diesen Schwungbereich hier nach unten sieht und diese fallenden Hochs angehen, der nächste Anlaufpunkt auf der Oberseite, der wäre dann hier oben, um die Marke von 0,72 zu ziehen. Und das ist doch auch ein schönes Potenzial zur Oberseite. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal im 4-Stunden-Trend an. Das heißt, mal ein bisschen zusammengerafft. Was wir hier sehen ist natürlich, hier, das ist diese schöne Aufwärtstrendlinie. Hier sehen wir, wie der Markt sich so Stück für Stück nach oben schlängelt. Wir sehen halt hier steigende Tiefs, aber hier eine ganze Weile noch keine steigenden Hochs. Jetzt haben wir aber den Schub drüber geschlossen oder gebracht. Und jetzt wird es hochinteressant, was passiert an dieser Stelle. Hier bleibt dieses Level, wo wir drüber gelaufen sind, ein Kauflevel. Dann sehen wir die Kurse nach oben laufen. Trendfortsetzung hier oben drüber über dieses Level. Ich lege mal kurz die Marke oben drauf. Das haben wir hier ganz knapp. Die Marke von 0,70 knapp 73,8. Da drüber wäre schön die Fortsetzung. Und das wäre ein gutes Indiz, dass wir durchaus die Chance haben, hier oben drüber zu laufen und dann den Weg nach oben mit reinzunehmen. Sollte das nicht funktionieren, sondern ein Abprall-Szenario kommen, dann werden wir es auch relativ schnell sehen. Dann wird mit guter Wahrscheinlichkeit hier dieser Kaufbereich um die 0,69,77 eine tragende Rolle spielen. Kurse unter diesem Level bringen uns dann sofort ein Abprall-Szenario auf die Uhr. Und da sehen wir es unten dran. Nächster Anlaufpunkt auf der Unterseite hier. Der mehrfach getestete Bereich um die Marke von 0,69,200. Und dann haben wir nach unten Wege frei hier in die Zwischentiefs, die wir hier an der schönen Trendlinie sehen, um die Marken von 0,68,45, 0,68,100 und hier 0,67,77. Das sind mal die Marker, die wir im Austral-Dollar auf der Unterseite entsprechend liegen haben und die wir durchaus auch im Blickpunkt haben sollten auf der Chart-Unterseite. Aber wie schon gesagt, wenn sich diese Formation tatsächlich nach oben entladen sollte, dann haben wir gute Chancen, richtig gute Chancen, das Ganze zur Oberseite aufzubauen. Und damit kommen wir jetzt zum Index, zum DAX sozusagen. Und den nehmen wir uns hier mal schön auf die Brust, auf die Uhr und schauen einfach mal, was hier passiert ist. Wir sehen es im Hintergrund. Das Bild vom DAX ist da. Ja, und wir sehen sehr, sehr schön, was hier an dieser Stelle entsprechend auch passiert. Wir sind genau hier an diesem alten Verkaufs-Servit. Da hängen wir momentan drinnen. Das ist der Bereich hier von ganz grob um die 13.000-Punkte-Marke. Ich raffe das Ganze mal kurz etwas zusammen, damit wir ein bisschen mehr Historie sehen. Schaut mal, hier war schön der Aufwärtstrend. Hier das mehrfach getestete Unterstützungslevel und dann kam hier der Knall nach unten. Und das ist jetzt der Bereich, wo wir drinnen hängen. Und der ist sehr, sehr wichtig, weil der entscheidet jetzt darüber, ob wir direkt schön nach oben durchlaufen können. Hier, auch hier möglicherweise in diesen Gap-Bereich oben rein. Das ist der Bereich zwischen 13.430 und 13.560 Punkten. Da haben wir noch ein kleines Gap. Und kurz drüber bei 13.826 Zählern haben wir ja schon das Allzeithor. Und ich habe es vorhin ja auch gesagt, die Wirtschaft spricht eigentlich, oder die aktuellen Entwicklungen aus der Wirtschaft, die sprechen eigentlich noch nicht dafür, dass wir hier tatsächlich das Niveau, was wir vorher hatten, schon bewerkstelligen können. Ja, aber wenn sich die Märkte abkoppeln und wir hier den Run oben drauf sehen, vielleicht heute schon direkt mit der EZB, der FED, dann ist das halt einfach so. Dann läuft der Trend nach oben. Da muss man sich sozusagen damit auseinandersetzen und das ganze Traden aus technischer Sicht, auch wenn das Fundamentale nicht so richtig dazu passt. Und hier passt halt auch dazu dieses Dreieck, was wir hier im Markt entsprechend haben. Also auch hier kann man ja schön den Weg nach oben nehmen und das Dreieck ein bisschen einzeichnen. Wir haben hier steigende Tiefkurse als, sage ich mal, Kontraktion unter diesem wichtigen Verkaufsbereich da oben. Und wenn es hier die Auflösung zur Oberseite gibt, dann ist es wichtig. Momentan schwanken wir hier in dem Bereich der gestrigen Tageskerze. Das heißt vom Tief bei 12.772 über das Tageshoch knapp über der Marke von 13.000 Punkten. Das ist aktuell der Schwankungsbereich. Wird das gestrige Tagestief abverkauft? Da müssen wir uns ein bisschen zur Unterseite mit orientieren. Da gucken wir mal kurz rein in den Chart hier der Stunde. Das heißt, das ist auch jetzt gerade für den Vormittagsbereich ein wichtiges Level, was wir hier haben, das Tagestief von gestern. Weil das ist hier so ein wichtiger Schwungbereich auch nochmal nach oben gesehen. Und wenn wir da sehen, es entwickelt sich ein Trend zur Unterseite hin, dann haben wir schon die Chancen, dass wir die Unterseite auch suchen. Brechen wir unter das Tagestief von gestern durch. Dann hier, wenn man es etwas zusammenrafft, sieht man es. Die nächsten Anlaufpunkte, die können wir suchen ganz grob um die Swing Lows, die wir hier haben. Das heißt knapp die Marke von 12.523 bis 25 hier in diesem Bereich. Hier unten haben wir hier drüben das Kauflevel. Hier ganz grob die Marke von 12.395 Zählern. Und dann kann man es Stück für Stück auch nach unten ziehen. Schaut mal hier unten, hier drüben haben wir den nächsten Punkt, den nächsten Anlaufpunkt, wenn es doch deutlich nach unten gehen sollte. Das ist hier unten der Bereich um die 12.080 bis 85 Punkte Marke. Das ist das, was wir unten ran sehen im DAX, dass wir durchaus auch anlaufen können. Das sind realistische Szenarien. Sollte es einen dynamischen Abverkauf, hier oben einen dynamischen Abprall von der Marke um 12.000, knapp 13.000 Punkte. Also zwischen 12.9 und 13.000 schwanken wir hier hinten und her. Das ist ja aktuell das Level. Wie schon gesagt, unten wichtig der Bereich. Also hier oben 12.9 bis 13.000, das ist das Widerstandslevel hier. Und wie schon gesagt, das Tagestief von gestern ist hier wichtig und ausschlaggebend an dieser Stelle. Das, darauf kommt es jetzt an dieser Stelle an. Sollte es oben drüber gehen, ist diese Aufwärtsdynamik weiter intakt. Das spricht für die Fortsetzung dieser Aufwärtsdynamik. Und dann können wir uns weiter nach drüben orientieren. Ich bekomme hier im Stundenchat nur leider nicht genug Daten rein. Deswegen müssen wir uns hier ein bisschen helfen mit dem, was wir auf Tagesbasis sehen. Und da sehen wir halt ganz klar, wenn dieser Bereich hier rausgenommen wird, nach oben hin, übers Tageshoch von gestern drüber, dann ist nach oben einiges an Luft. Dann können sich die Bullen austoben. Und vielleicht bekommen wir ja eine schöne Schubphase durch die EZB, wenn dem Markt gefällt, was hier gesagt wird. Das wäre interessant. Wie schon gesagt, nach oben und nach unten ist heute beides möglich. Anlaufmarke haben wir da, haben wir besprochen. Das heißt, an dieser Stelle sind wir durch mit der Besprechung hier. Und ich sage hier, danke fürs Zuschauen. Sorry nochmal für die technische Geschichte. Die haben wir leider hier nicht in der Hand. Ich hoffe, dass morgen wieder alles ganz normal funktioniert. Wenn nicht, stelle ich morgen auch natürlich die morgendliche Besprechung wieder über diesen Weg auch ein. Das heißt, Videoaufzeichnung. Und dann hoch das Ganze in den Blog, sodass man es sehen kann, sodass die Vorbereitung auch da ist. Das wird dann relativ zeitnah kommen. Das heißt, ich versuche das Video dann auch pünktlich hochzustellen vor neun. Definitiv, dass sich das jeder anschauen kann. Und dann wird das Ganze dort mit da sein. Ich halte jeden auf dem Laufenden, drücke uns hier die Daumen, dass das relativ flott wieder geht. Und wünsche allen einen schönen, guten und erfolgreichen Handelstag. Danke fürs Video anschauen und bis morgen. Tschüss.